Oliver Pocher wird zum vierten Mal Papa und so langsam sieht man das auch. Nicht bei ihm, aber bei seiner Freundin Amira. Ihre kleine Kugel wird nämlich immer größer und ihre Klamotten immer enger. Das teilt sie jetzt auch auf Instagram mit ihren Fans. Auf dem Schnappschuss trägt die hübsche Brünette ein grünes Kleid mit Blumenmuster. Enttäuscht blickt sie auf ihren Bauch hinunter, denn ups, da ist ein kleiner Riss in ihrem Sommerkleid. Das Model schreibt dazu, ich fühle mich wie Hulk. Die Farbe des Outfits passt zwar zu ihrer Aussage, aber Amira ist natürlich viel hübscher als das grüne Monster. Und das sehen auch ihre Fans so. Ein Mini-Hulk, das wird noch mehr. Bist trotzdem eine hübsche, sympathische Frau und das ist erst der Anfang. Bist auf jeden Fall ein süßer Hulk, sind nur einige der Kommentare. Amira sieht aber trotz oder gerade wegen ihrer kleinen Kugel einfach nur toll aus. Und so wie wir Oliver Pocher und seine Freundin kennen, werden die beiden über den kleinen Riss herzlich lachen können. Wir freuen uns aber jetzt schon über das nächste Baby-Baufoto, das das Paar hoffentlich wieder mit der Öffentlichkeit teilen wird.